Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 Ich habe nicht gehört, dass ich etwas Neues erwähnt habe. Es ist interessant, dass ich jetzt in dieser neuen Situation erwähnt habe. Es ist mir klar, dass sie sehr vorsichtig sind. Es gibt nichts anderes. Die Diskussion über Chat House. Ich kann nicht jemanden aufzitieren. Ich kann sagen, dass die Diskussion ziemlich aufgewaltig ist. Es kann nicht anders sein. Es kann nicht sein. Wahrscheinlich, dass die Situation in Ukraine jetzt etwas verletzt, es hilft uns auf die Russische und Russische Themen. Die Problematik Russische und Russische отношen hat ihre Fälle. Die Probleme mit Russland sind die Probleme mit Russland. Die Probleme mit Russland ist die Probleme mit Russland. Es ist wichtig, dass es mit einer anderen Situation zu verletzen. Es ist wichtig, dass wir alle anderen Menschen in der Welt kommen. Es ist wichtig, dass wir alle anderen Menschen in der Welt kommen. Es ist wichtig, dass es nicht das, was du willst, aber es ist wichtig, dass es nicht das, was du möchtest. Ich kann in Russland treffen und hören, was ich möchte. Es ist wichtig, dass es wirklich passiert. Es ist wichtig, dass es in Gruzien ist. Es ist wichtig, dass es politologische Gesellschaft gibt, das hier ist. Es ist wichtig. Ich kann nicht sagen, dass es hier auch noch neue, aber es ist wichtig. Aber es ist wichtig, dass es immer noch neue Erinnerungen und Erinnerungen ist. Es ist wichtig, dass es immer wichtig ist. Wir werden diese Dinge darüber diskutieren. Weil der normalisierte, auf der heutigen Moment, ist, dass wir heute noch neue Erinnerungen sind. Und es wurde vorhanden, zum Beispiel, in der Gespräche von zwei Präsidenten, was der Wladimir Putin gesagt hat. Wir sehen uns. Ich bin ein sehr interesser, ich bin ein Russer Experte, und ich bin ein Russer Experte, und ich habe einen Problem, ich habe einen Russer, und ich habe einen Russer, und ich habe einen Russer, Ich hab dann mit den Korkar in der Mitte gezielt an, weil sie die Zeit auf den Korn auf die Seite gestellt haben. Ich bin auf die Seite 90. Die Zeit, die ich überrascht habe, war der Periode. Die Experten haben alles. Die Arbeit macht alles. Ich hab es auf mir erzählt, ich habe das eine gute Arbeit. Ich habe das Giro. Ich habe das eine gute Arbeit gemacht. Das ist ein guter Problem. Der Experte ist nicht so wichtig, wie man sich die Politik und die Karte beteiligt hat. Der Experte ist nicht so wichtig. Es ist interessant. Vielen Dank.